Willkommen im Wildpark Lüneburger Heide, im Wildpark mit den tausend Tieren. Ich bin der Erklärbär. Ich verrate euch, was ihr auf jeden Fall sehen müsst. Es gibt viel zu entdecken. Habt ihr etwa schon einmal Schneeleopaden gesehen? Die müsst ihr auf jeden Fall besuchen. Ich wette, ihr werdet begeistert sein. Die europäischen Braunbären und die größten Bären der Welt, die Kodiakbären, warten auch schon auf euren Besuch. Bestellt ihnen doch bitte schöne Brüche von mir. Untertitelung des ZDF. 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 Untertitelung des ZDF.